Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal von mir. Ich habe vergessen, was das Projekt heißt. Sky's Survival, natürlich. Genau, von mir Sky's Survival. Ähm, wir... Abonniert. Abonniert meinen Kanal, sofort, danke. Abonniert meinen Kanal, natürlich. Oder, Spaß. Gut, ähm, ich habe hier offline nochmal ganz kurz ein bisschen weitergebaut. Hab hier noch mal Wasser reingemacht, hab hier das fertig gemacht. Ähm, und hab mir von den zwei Inseln hier nochmal Wasser geholt. Also von da und von unten unter uns. Ähm, hab ich dann nochmal Wasser geholt. Und, ähm, hab das hier unter der Quelle gemacht, hab dann da Wasser reingepackt, bla bla bla. So. Dann, was ich diese Folge machen wollte... Kacken. Ist nämlich... Kacken. ...einen Weg bauen... ...und dann das... Alter, auf der kleinen Insel ist einfach ein Creeper und ein Zombie. Äh... Die Creeper könnt ihr umgehen. Ich lass den Creeper mal am Leben. Vielleicht können wir ja das Sprengpol dafür irgendwann mal was, was gebrauchen oder so. Ich mach eh später... Ich mach jetzt gerade dann gleich eine Mobfarm dann auch noch, diese Folge. Und ich glaub, ich bin... Ich glaub, ich werd langsam mal dafür sorgen, dass wir auf die andere Insel rüberkommen. Damit alle Inseln vereint sind. Versteht ihr, was ich meine? Ich hätte gern auch wieder eine Spitzhack, aber ich hab natürlich gar nichts. Aber für diese Mobfarm brauch ich, ähm... Kaktus! Ne, für die Mobfarm brauch ich, ähm, erstmal Kohle. Wegen Fackeln. Kohle? Warum brauchen wir Kohle? Geil. Ähm... Brauchen wir nämlich Fackeln. Das ist nicht zu wenig. Ich kann nicht mehr rennen. Okay. Der Creeper ist in den Tod gestört. So, und, ähm, was ich die ganze Zeit vergessen hab zu erwähnen. Hier, da hinten, steht ne Kiste. Da drinne sind zwei Spawnecks für irgendein Tier, ich weiß grad nicht mehr welches. Ähm, und ich glaub auch Korotten und so waren da noch drinne, ähm... Aber, das bedeutet, damit ist unsere Zucker... äh, unsere Zucker... äh, unsere Futterzufuhr auch gerettet. Könntest du dich bitte rüber bauen zu der Bauminsel? Erstmal? Ja, ich hab keine Blöcke. Ich hab zwei Fackeln auf der Mine geholt. Okay. So, hier. Blöcke. Kannst du mir noch ganz viele von diesen Scheißteilen geben, danke. Ich kann dir hier Holz... ich hab dir hier auch noch... Wir haben noch Holzlabs von... irgendwann. Die hab ich mal gemacht, dann bin ich runtergefallen. Okay. Also nein, ich bin nicht runtergefallen, die haben nicht auf Stein gepasst. So. Leute, falls ihr euch jetzt fragt, wie man ein Nether-Portal hier ankriegt, zeig ich euch dann auch gleich. Ich weiß, wie man's machen kann. Ganz einfach eigentlich. Es ist zwar mühevoll, aber es geht. Okay, in der Kiste sind, ähm, Seeds, Karotten, 3, äh, 3, ähm, Kartoffeln und 2 Q's, Bornex. Ich hol schon mal die... ich hol schon mal erstmal... soll ich alles zur Mitte bringen? Äh... Ja, genau, tu's in die... tu's in die Hauptbase, in die Kiste. Und hier ist noch Holz und alles, also wir haben erstmal... Was ist da hinten? Der hätte grad irgendwas... auf dem Tintenfisch irgendwie Lava gefallen oder so. Was sieht öfter aus? Oh, ich muss irgendwas essen. Ich weiß noch nicht was. Ich sterb bald, glaub ich. Und ich will... ich werde... ich werde euch sagen, ich werde mich nicht wegen Hungerproblemen... in Tod stürzen, also entweder sterbe ich durch Hunger oder... Äh... Das ist... Kannst du bitte mal ganz schnell in die Base gehen und gucken, ob ich das Obsidian da gelassen hab? Ja, hier sind 10 Obsidian. Ja. Oh, ich dachte, ich hätte die aus dem Irgendwo aus dem Inventar geschmissen. Herzinfarkt-Moment. Ich kann nicht rennen, ich lauf so elendig, langsam her durch die Gegend. Willi? Nicht schlagen, keine Sorge, ich bin nicht friedlich. Was ist Obsidian in der Hand? Äh... Ah, ein Nether-Portal? Ja. Okay, wir reisen in den Nether, Freunde! Aber brauchen wir nicht irgendwie Eisen? Ne, warum? Feuerzeug. Ja, ich hab doch gerade gesagt, dass... Man muss sich wahrscheinlich fragen, wie man das ankriegt, ich weiß aber wie. Okay, ich lass mich überraschen. Ähm, ganz kurz, nicht hier auf dem Weg, am besten hier auf der Plattform das Obsidian geben, ich hab keinen Bock, dass es drunter fliegt. In dem Moment, wo du das Obsidian geworfen hast, ist die Musik bei mir gerade leicht angehoben worden. Oh Gott, ich glaub, du machst das falsch, oder? Pass auf, pass bei jedem Block mega gut auf. Wenn du da einen Fehler machst. Ich glaub, das ist viel zu klein, oder? Ne, äh, äh, das geht genau richtig, drei, zwei. Du musst eigentlich einhauen. So, und jetzt brauchen wir Holz. Holz und Lava. Holz und Lava. Ah, so willst du's machen. Auch das und das. Hier ist Holz. Ich hab auch Holz und Lava. Ich hab auch Holz und Lava. Nee, die brauch ich nicht, wenn ich. Dann nehm ich die. Aber was wir mal gucken, kann man die zurückcraften, irgendwie? Kann ich mal probieren? Nee, geht nicht. Das heißt, wir müssen die Wälder verbauen. Wie gesagt, ich hab mich dann geschafft. Na, Spaß. Boah. Boah. Ich wär jetzt mal gespannt, aber ich soll ich den Steintest holen? Warum? Falls wir kämpfen müssen. Das kann ein bisschen dauern. Okay, dann machen wir was anderes. Habt ihr Lava schon gesetzt? Ja. ok dann ich lasse mich überraschen und weiter geht's so dass ich ein bisschen darin sind aber sich verteilt ich brauche dringend was dann hier noch eineinhalb und durch die karotte oder so essen nein oder ich weiß was ich habe gesagt du hast keine mehr ich meine ich gefunden habe dort drüben also die kann man immer anpflanzen die kann man immer anpflanzen da sind noch ein paar felder frei oder gib mir die karotten macht sind die hier drin ja perfekt perfekt ihr bitte weil nur nicht so oft darauf rumtrampeln und ich habe wie oft eigentlich noch der kunde ich glaube ich habe einen fehler gemacht bei dem portal weil die lava kann glaube ich wenn es so im einzelblock ist nicht wirklich sich weiter verbrennen lass ihn mal fliessen schon mal etwas stein das wird ein stein hin weil da kann keine kommen weil ich die Lava gebraucht hat da hinten also kannst du gerade nur da hinten an der anderen bauen ist hier Lava drunter drunter nicht ich meine hier gibt es jetzt gar keine Lava mehr doch bei dem einen gibt es noch bei dem anderen was war eben noch mal ein bisschen Holz für mich ich brauche Holzplanken das kannst du haben nämlich ich baue es ein Gehege für die beiden Kühe wir können ja versuchen irgendwie zu paaren fuck off my life und dann wenn diese Kühe Babys machen dann haben wir drei Kühe ja und das tritt die dritte können abschlachten äh was kuscheln können wir diese Kühe kudern äh Lars der idle timeout command auch stimmt hab ich habe noch eine Hungerkeule ich glaube ich verhunger bald kann man auf easy schon verhungern äh ne bis zum halben Herz runter aber auf hart glaube ich kann man schon wirklich sterben äh nur auf hart ja also nur auf schwer und auf hardcore halt auf hardcore natürlich wir brauchen glaube ich langsam mal ne Axt ich kann eine machen ach ich hab warte ich kann eine Steinaxt machen mach das mal ich hab grad nur noch ein Tor gemacht für das Gehege das kann ich einfach so richtig schön Holz abholen an alle Veganer ja wir ernähren uns irgendwann vegan also kein Problem aber es geht um zu überleben just out of fun fuck off all Ouijuns bitch ich hab bis jetzt ist es schon der Parto wir am erfolgreichesten sind ich weiß ein Portal fast in den Nether die ganzen Bäume können wir jetzt endlich hier alle so etwas ähm ja das Holz hinten brennt ich komm sofort aber ich brauch dringend was zu essen wir haben jetzt über 64 Holz zum verarbeiten wir haben jetzt über 64 Holz zum verarbeiten wir haben jetzt über 64 Holz zum verarbeiten NEIN warte ist oder 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 sonst noch und oder 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 Okay, geht es fortal an, oder? Wir müssen hoffen. Vielleicht sind sie doch einfach zu klein. Nee, nee, es ist genau richtig groß, weil ich habe ja alles Obsidian aufgebraucht. Okay. Warte. Okay, wir sind schon bei 13 Minuten. WTF geht die Zeit um? Lass doch einfach an einem Tag jeweils zwei Parts hochladen, dann machen wir jetzt noch eine Folge heute, dann haben wir für zwei Tage Videos. Lass mal erstmal gut sein, ist jetzt auch egal, aber... Dann irgendwie macht das voll Spaß. In der Lava! Was? Was? Schau mal in den Lava-Strahl beim Portal, da kommt man schon hinten zur Schuze. Muss krepieren. Also, ich werde ich so möchte. Also, ich werde ich so möchte. Ich habe das Holz entzündet. Ich habe das Holz entzündet. Geil. Okay. Oh nein, ich verhunger. Man kann doch verhungern, glaube ich. Aber nicht komplett. Nicht komplett. Nicht komplett. Du gehst auf ein halbes Herz runter, mehr nicht! Aber trotzdem nicht weg! Die Lava-Strahl bei mir. Marc. Wir dürfen... gehen. Das Holz war fein. Alles entzündet. O Gott... das Holz entzündet. Ja, 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 1,800 Uhr! ich muss das total angehen geh doch an geh doch an nein geh doch an du meinst du wirst nein komm schon bitte geh an man komm schon wir warten schon wir brauchen ressourcen bitte lass 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 scheiße komm jetzt ich lass die lava doch direkt daneben ja dann fließt es aber durchs portal durch nein das bringt nichts ok wir sind jetzt schon bei 16 minuten komm schon komm schon komm schon nein verarschen oh Gott nichts passiert hier nichts passiert boah wir haben ja Lava und viel ganz schön viel Lava dahinten ok da hast du noch unendlich viele versuche um dieses portal anzuschmeißen aufzuschmeißen links wachsen ok ich würde sagen wir probieren jetzt nochmal offcam das portal anzukriegen und ja ich würde sagen ja tschau bis zum nächsten mal auch ich schmeiß jetzt erstmal ähm ja macht die krippe runter tschau tschau